Ja, aber du kannst auch Steine auf dem Marktwatz kaufen. Ja, hab ich jetzt auch erstmal. Ich wollte mich unbedingt mehr. So. Willst du links an der Mauer bei mir was inbauen? Ich werde jetzt einfach mal, ich werde jetzt quasi auch einfach direkt an dich dran bauen. Mhm. So, also hinter das Weltwunder. So, wir werden uns zusammen decken, meinst du? Ja. Alles klar. Boah, guck dir mal an, wie die bauen hier. Super. Dann baue ich oben weiter. Also so oben meine schräge Mauerbaustand. Ja, boah, komm, 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 komm. Warum müssen sie so teuer sein? Eins. Scheiße. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Guck dir's mal an. Guck dir's mal an. Die greifen sich zwar auch. Ey, die greifen sich ohne Witz. Bist du dir sicher, dass du eingeschüttet hast, dass die nicht zu weg gegen uns sind? Ich kann ja nochmal gucken. Wett mal, falsch. Hier. Hä, das kann ich nirgendwo mal nachgucken. Diplomatie. Diplomatie. Da steht nur, dass sie feindlich sind, mir nicht. Jetzt zu sechs gegen uns sind. Also es ist kein Mund, dass Wuten sich verdorren haben. Haben wir sogar ziemlich lange überlebt und nicht. Ach, du brauchst da oben hin. Ja. Die Scheiße ist, wir haben ja auch nirgendwo mehr Gold, oder? Ja. Äh. Hopp. Scheiße. Ich denke, wir brauchen noch nicht. Wir brauchen, du. Äh, gar nicht. Bisher brauch ich schon noch nichts, aber Truppen werden nachher teuer dann. Ja. Amo, schläuten, paar Sachen verkauere, my friend. Hast du's doch? Hast du's doch? Hast du's doch? Das Geile ist, es bringt überhaupt nichts mehr, der macht trotzdem weiter, der zählt weiter, meine Feste. Obwohl es ihm nichts mehr bringt. Aber, baue mal bitte dir auch irgendwo einen Hafen hin. Hafen neben meinen Hafen oder so, weil du Schiffe ankommen. Ich glaube, ich baue meinen Hafen neben deinem Hafen. Das ist eine gute Idee, ne? Kannst du gar nur unten mal so bauen? Was? Galonen bauen kannst. Ja, ich hab's jetzt zumindest schon so weit erforscht. Äh, wo ist jetzt der Hafen? Ja, da. Was hast du's doch? Was hast du's doch? Wie hast du's doch? Ich hab' echt nur mehr zu próximo noch. Was hast du's doch? Was hast du's doch? Wie hast du's doch? Du wirst es mehr Aber wir machen trotzdem noch weiter Nee, jetzt haben wir auch gehört Ah, diese Block macht noch weiter Ich bin da aber irgendwie auch rum Ey, mach mal wieder Macht auf Ja Mach deine Elf schon Nee, du, meiner Meinen Markt haben die gerade zerstörtlich bauen So, mach dich mal Kannst auch bei mir ein bisschen ran bauen Nee, wenn ich den jetzt direkt neben dir baue, den Markt, dann bringt der uns nichts ein Was ich aber tun werde, ist, ich werde meine Kasernen mal bei dir hinbauen Du? Ähm So, die können mal herkommen So, die können mal herkommen So, die können mal herkommen Das ist irgendwie richtig behindert Buh So, dann schicke ich mal meine Soldaten da hin, meinen König lasse ich bei dir Die Bauern schicke ich wieder nach hoch, obwohl ich muss hier noch einen Schießstand bauen Aufnahme läuft immer noch, wie ich schön sehe Aufnahme läuft immer noch, wie ich schön sehe Ich brauche jetzt ein bisschen Holz, Alter, wir haben so viel Holz, Mann Das ist hier wirklich das Gute, Holz ist irgendwie die einzige Geldquelle, die wir gleich noch haben werden Boah, mach ich nur das Oh scheiße, ich muss gleich auch die Nahrungsproduktion wieder ankurbeln Hier fällt mir den Scheiß, Holz Ey, jetzt fangen die bei mir an mit diesen scheiß Quasi-Wüsten für... Ähm, mit diesen Trifocken, Mann Triebacke Äh Hättest du die nicht sperren können, oder so? Ne, ich kann nicht Einheiten sperren, das geht nicht So, reif da ein, Alter Kann man leider nicht machen So, dann brauch ich jetzt ein paar Räder Ein paar Ne, guck mal, jetzt, jetzt hauen die da oben den einzelnen Turm weg Ahja, die hören da jetzt erst auf, wenn sie alles zerlegt haben Möchte was? Ach, der lag grad an Wow Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Mauern bauen soll, weil ich weiß, wenn ich Mauern anfange jetzt zu bauen Dann würde er auf jeden Fall wieder mit seinen Belagerungswaffen kommen Ich kann mich irgendwie fahren ab Wo ist denn der Ritter? So, Ritter? Warum ist der König da jetzt mitgegangen? Oh Gott, Ritter So, ihr Fankt da oben jetzt bitte mit Feld an Also, wen wollen wir als erstes totmetzeln? Wen wir als erstes totmetzeln wollen So, hast du ihn wieder gemacht? Ja, hab ich Jaaaa Geld, 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 geld Holz bringt einfach nur so sau wenig Kohle ein Aber dafür Ist es halt so unglaublich massenhaft produziert und dann noch so schnell Wuuu Wir machen da immer noch weiter Ey, guck dir das mal an Die haben jetzt den Der Mist da drin Ey, der Hafen steht noch, gell? Ja, mein Hafen steht noch Ich muss mal jetzt extrem viele Bogen schützen, weil ich hab jetzt nicht so einzig ist es Das bringt Für diese leichte Kanonierer Und noch Camper Den König Erstmal da oben in die Ecke Da oben in die Ecke Boah! Guck mal oben links bei unserer Insel hin Anrufen Öhh, oben links? Bogen Oh, ganz ganz wenig Kennt ich hab sie nicht gesehen Alter, jetzt will der echt meine komplette Mauer noch zerlegen das ist gut, dann es gibt mir Zeit es gibt mir Zeit, mich hier wieder aufzubauen boah, eigentlich schon, ne? vielleicht kennen wir bei Stronghold Crusader auch so ein Moppack, womit die Gegner viel schwerer sind damit wir das installieren würden na gut, ich finde die Gegner bei Stronghold Crusader teilweise schon schwer genug echt? so findest du die Ratte schwer? ja, nicht die Ratte, die Ratte ist auch nicht dafür da, um schwer zu sein die Ratte ist einfach da, um dir zu zeigen, ey, das, das ist ein Scheißgegner ey, das, das bist du, wenn du nicht die bist was ist doch? ach, mir fehlen die Kanonentürme, diese Wachtürme können doch nix äh, ich denke, du hast hier bei mir noch einen Marktdienst drin, da ja, wo hab ich denn noch einen Marktdienst stehen? hä, wo hab ich denn noch einen Marktdienst stehen? bei mir hab ich gar nicht doch? wo denn? bei meinem linken Clou beim Weltwinder warum steht das Arschloch da rum? weißt du was? fick dich, Marker, und stirb also, krieg dich oh, Schneue eins, zwei, drei, vier, fünf ah, stimmt ja äh, umso mehr, desto mehr kriegen wir, gell? ja ja ah, sollte zumindest so sein erst mal wieder mehr Häuser schau mir weiter wir müssen mehr Häuser bauen, und seine Mutter bauen kurz Sorry, ich wollte nicht so aggro sein ja Lübe Du musst sozialer werden Was hast du da gesagt, deine Klampe? Du musst sozialer werden Du musst sozialer werden Talios, Mann Was ist so? Warum ist Age of Empires frei scheiße? Na gut, ich kann nicht behaupten ob es scheiße ist, ich habe es noch nie wirklich gespielt. Aber es kommt mir einfach nicht so gut vor. Weil bei Age of Empires 3 machst du, glaube ich, von der Evolution wirklich alles bis zum zweiten Weltkrieg quasi. Hä, ist das voll geil? Ich finde es doof. Da ist schon wieder so ein gescheißrandes Sportchiff, weißt du? Das ist One-Hit-Tot, Alter. Barts in die... Ey, die machen wirklich auch noch die Mauern kaputt, gell? Die laufen! Ich weiß es halt, ne? Wissen, das geht. Das Schöne ist halt, dass der jetzt da beschäftigt ist, diese ganze Scheiß kaputt zu machen. Währenddessen kann ich mich hier gut aufbauen. Der wird dich von oben angreifen, pass auf. Dauert oben. Jetzt hast du gar keine Mauer. Er sitzt ja da, liegt drüber. Das war's jetzt. Weißt du denn? Jetzt gehen wir aufs Weltbund, ja. Oh, jetzt versuchen die mich. Oh, Jungs, vergiss, dass ich eigentlich nicht spürt, wenn ihr auf mir steht. Ich baue mal ein paar Kriegskalieren. Dein ist immer mit. Alter, wie schnell die diesen Mauer hochziehen. Okay. Boah, warte. Was meinst du mit hochziehen? Ah ja, bei mir, die Mauer gerade. Guck mal, wie schnell die die hochbauen. Bauer. Boah. Ja, aber guck doch mal, wie viele es sind, Mann. Oh, jetzt kommen sie. Aber Alter, wie die keine Chance haben. Aber komplett gar keine. Weißt du, was jetzt noch fehlt? Mhm. Von, äh, dass du so eine Wasserkrone machen kannst. Weißt du, was ich mein? Ja, ich glaube schon. Ich hab's doch noch für Felder. Nein, ich hab keinen Stein. Nein, ich hab keinen Stein. Muss. Holz. Verkaufen. Wie viel ist es bei dir noch wert? Siebzehn. Boah. Von wo kommen die? Okay, die gehen auf dich. Nein, ich hab' den Markt gehabt. Die gehen auf gar nichts. Mein Kanonentum regelt. Bei uns, die verlernen zusammen wir dann auch. Bei mir, wie groß die Datei am Ende ist, ne? Was bist du? Ich soll meinen Hafen nicht anklicken. Was bist du? Da ist eine Galera im Weg. Da ist auch eine Galone. So. So. Da ist jetzt dicht. Der zerlegt gerade wieder all meine Türme. Das ist so ein nerviges Arschloch. Scheiß, Cain. Die Bock haben dir. Toll. Ich geh' noch wieder eins in eine Mauer. Ich find' das so kalt. Vor allem, ich hab' irgendwie die Befürchtung, dass ich im Ressourcenmangel sterben werde. Hey, warum? Weil ich mich mit dem Holz, bis ich da mal Geld dran verdiene, totgeklickt habe. Und das Gold gebe ich dann direkt durch den Stein aus, weil ich gerade meine ganzen Türme wieder reparieren muss. Was? Was? Das ist ne Scheißrunde gerade. Bogen für den Fieber kaputt. Vor allem, wie hier nur noch die Mauer steht. Ich sollte noch meinen Restanteil geben. Du. Jo, danke. Jo, kein Ding. Guck dir das mal an. Überfall. Boah. Bei mir gerade. In den Grundmauern. Mehr steht hier auch nicht. Mehr trotzdem. Meine Arzt schützen Regeln. Nein. Ich versammel jetzt meine Truppen an unserem Hafen, gell? So, guck, alles verteidigt. Alles klar. Guck dir mal meine Truppen an. Guck dir das mal an. Oha. Vor allem, wie's geil ist, mein Hafen ist einfach schon fast kaputt. Guck dir mal meine geilen Holen an. Oha. Na gut, äh. Weißt du was ich jetzt mache? Ich blockier bei dem jetzt den Hafen. Wie meinst du das? Ich blockier bei ihm jetzt einfach den Hafen. Hier, guck. Ich stehe jetzt einfach mal eine Galone hier hin. Wo mach's kaputt? Achtung, bei mir oben kann... Kanonform. Denkst du du, ich hatte nur einen Hafen? Die KI ist vielleicht schlau genug. Weißt du was? Ich werde jetzt meine Galone benutzen und mal ein bisschen die Insel scouten. Aber ich wette, Galper hat nur einen Hafen. Guck dir das mal an. Was für ne Reihe die sind. Ohoho. Okay, Galper hat zwei Häfen. Guck dir das mal an. Ja, ich mach immer noch ein bisschen Gold mit dem da oben. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal welche bauen. Wollen wir's so machen Dass du ähm Zusätzlich zu deinen Galeren jetzt noch ne fette Streitmacht machst Weil theoretisch kann ich die ja dann mit Transportschiffen rüberschippern. Ja, ich bin eh gott dabei. Weil dann baue ich Transportschiffe. Wo schicke ich die hin, damit die nicht geschlachtet werden? Ja, ich schicke die einfach hinter meine Galuten. Ja, da lernt. Ach, kein Kriegsgalon. Was wollt ihr eigentlich noch gegen mich machen? Keine Ahnung. Guck dir das doch mal an. Ich finde das einfach echt so geil, dass da alles zerstört bis auf die Mauern. Guck mal, da oben, das ist Feuer, Feuer, die Merre. Ihr guckt einfach nur so meine eine Gruppe da oben an. Alter, was ist das? Was denn? Dieses eine Dreckschiff, das zerstört gerade meine komplette Flotte. Eine Feuer-Tireme. Ja, das ist ein OP. Na ja, Achtung, du wirst oben angegriffen, gell? Und gelb. Oben die Mauer entlang. Die laufen die ganze Mauer entlang, ich schmerz dir. Guck mal um die Mauer. Ich weiß, die laufen gleich in eine Türme rein. Hä? Ne. Wo wollen die hin? Ah, die wollen vielleicht da hin. Ich glaube, die wollen den Kanonenturm zerlegen. Ja, die wollen den Kanonenturm den Rest geben. Und die geben den Griff zum Rest. Ja, ja, war aber auch klar, aber wir knuschen nicht. Obwohl, nee, das kann ja noch ha- das kann ja noch aushalten. Aber, ich bin jetzt ganz auf sie. Oh nein, fuck. Oh nein, wir zeigen uns jetzt noch nicht die Mauer. Ja, was euchました? Ja, ja. Igen, ich bin. Well? Wettbewer? 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 oh shit hat so den lol guck mal orange hat den Tribok von Dings an unten bei mir an der Mauer ja sogar jetzt arbeiten wir zusammen hast du nur vielleicht ne Tobi die wir da kurz hinschicken kann ja ich schick meine Schwerfremden ok das geht noch ein bisschen lieber ich schick die trotzdem mal zu dir Toxik probier mal aus ob du deine Einheiten auf mein Transportschiff klatschen kannst welches? das das ich gerade in die Küste geschickt hab ob das geht ja ja geht 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 boah geil und denk dran ich hab auch nochmal 3 die voll beladen sind gell ja bild einfach so lange aus bis du nicht mehr kannst ich hab jetzt 15 Transportschiffe gebaut und jedes kann 20 Mann fassen ah die Gegner tun mir leid zerlegen wir sie besser gesagt zerleg du sie ich geb ihr nur den Transport ich sollte mal meine Werft reparieren äh wollen wir als erstes gelb? oder wollen wir als erstes glieder? ganz ehrlich wen wir als erstes kaputt machen ist mir egal Hauptsache wir machen irgendein mal kaputt ey guck ihn doch mal an bei mir ist fast alles orange äh lauda also meine Farbe ja wenig sehr wenig äh 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 äh